Ein syrischer Staatsbürger bzw. ein syrischer Flüchtling ist bei der Flucht vor der Polizei in Lübeck ertrunken. Was an diesem Fall so besonders spektakulär ist und warum die Medien hier wieder die Herkunft des Täters verschweigen wollen, erfährst du in diesem Video. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Folgende Meldung ist mir über den Schreibtisch geflattert. Lübecker auf Flucht vor Polizei ertrinkt Messermann im Fluss. Zunächst ist es erstmal wieder besonders, dass man hier wieder auf eine Messertat hinaus möchte. Doch wenn man dann genauer gelesen hat, heißt es hier, als die Beamten anrückten, rannte der Syrer davon. Und da hatten sie mal wieder meine Aufmerksamkeit. Auch das nächste Bild, was ihr hier seht, es geht hier um einen polizeibekannten Syrer, der die Stadt Lübeck schon seit langem in Atem hält. Allerdings habe ich mir zunächst einmal die Meldung der Ostholsteiner Polizei durchgelesen, beziehungsweise der Lübecker Polizei, die hier von einem tatverdächtigen Ostholsteiner reden. Und da hieß es, nach der Flucht ist er ins Wasser gesprungen und danach verstorben. Wenn man sich jetzt diesen ganzen Artikel hier durchliest, wird mit keinem Wort erwähnt, wo der junge Mann herkommt. Hier heißt es, bei dem 22-jährigen Ostholsteiner, und da muss man sagen, wie Ostholsteiner, hier stimmt was wieder nicht, ja. Es ist Ostholsteiner, es ist kein Deutscher, das hätte man nämlich dazu geschrieben. Dann gibt es hier eine Nachricht von den Lübecker Nachrichten hier. Lübeck, Mann stirbt nach Flucht vor der Polizei und sprung in den Stadtkram. Und wenn ich euch jetzt mal zeige, wenn wir hier drin suchen, das Wort Eutiner, dann heißt es, der Eutiner ist vermutlich der Verantwortliche. Dann heißt es, der Eutiner sei dann schließlich von Tauchern. Und dann heißt es, der Eutiner ist der Verantwortliche für die Bombendrohung am Hauptbahnhof im Mai. Und in keinem Wort wird erwähnt, dass es sich hier um einen nicht-deutschen Tatverdächtigen handelt. Allerdings, wenn wir uns einen Artikel anschauen, hier für die Bombendrohung, dann gibt es doch Hinweise. Und zwar, verwirrter Mann löst Polizeieinsatz am Lübecker Bahnhof aus. Das war im Mai. Und hier steht es dann, es handelt sich um einen 22-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Und jetzt haben wir mal wieder exemplarisch bewiesen, dass die Medien uns hier verschweigen wollen, wenn es sich um nicht-deutsche Täter handelt. Es ist hier eine lange Liste, die ihm zu Last gelegt wird. Er hat eine Bombendrohung abgeliefert, er hat einen Rentner überfallen, er hat kurz vor der Tat einen 18-Jährigen mit einem Messer bedroht und zum Glück niemanden verletzt. Jetzt zuletzt hat er am Donnerstag Nachmittag gegen 12.30 Uhr eine Schulklasse im Lübecker Hauptbahnhof bedroht. Als dann die Polizeibeamten anrücken wollten, ist der syrische Staatsangehörige und eben nicht der ostholsteinische Eutiner, wie sie uns erzählen wollen, in Richtung Lübecker Puppenbrücke gerannt. Und dort in der Nähe des bekannten Holstentors ist er dort dann ins Wasser des Stadtgrabens gesprungen. Und hier hat dann das Drama angefangen. Die Polizisten mussten wieder ansehen, wie der syrische Flüchtling hier untergegangen ist. Drei Beamte und ein Passant sind noch hinterher gesprungen, konnten den jungen Mann allerdings nicht mehr retten. Es kamen dann die Taucher der Polizei. Sie haben ihn nach circa 30 Minuten aus dem Wasser gezogen. Und dann müsst ihr euch mal überlegen, hat man es nochmal geschafft, ihn zu reanimieren nach so langer Zeit? Allerdings ist er jetzt, wie bekannt wurde, am Sonntag dann im Krankenhaus verstorben. Soviel dazu. Es ist eine Geschichte, bei der man nicht so viel lachen sollte, bei der ihr auch aufpassen solltet, was ihr unter diesem Video kommentiert. Es ist hier jemand gestorben bei der Flucht vor der Polizei. Es ist vermutlich jemand gestorben, der gar kein Recht hat, hier zu sein. Und vor allem jemand, der Polizei bekannt ist, der schon immer wieder hier die Öffentlichkeit terrorisiert hat. Und immer wieder haben sie ihn auf freien Fuß gesetzt. Was ihn jetzt dazu bewegt hat, hier ins Wasser zu springen, obwohl er offensichtlich nicht schwimmen konnte, das kann uns niemand mehr beantworten. Allerdings ist es immer noch eine perfide, widerliche Art und Weise, wie die Nachrichten versuchen, uns hier einen Bären aufzubinden, indem sie von einem ostholsteinischen Eutiner sprechen, obwohl es sich hier ganz klar um einen Zugewanderten handelt, der hier auch noch polizeilich öfters in Erscheinung tritt. Und da habe ich absolut kein Verständnis mehr dafür, dass man sowas deckt. Und spätestens seit Mannheim sollte klar sein, dass jede Tat, die von einem Ausländer hier begangen wird, dass man das ganz klar benennen muss. Denn erst wenn man das Problem erkannt hat, kann man dann darüber auch diskutieren und sich eine Lösung überlegen. Und hier ging es mal wieder dann über die Bild-Zeitung nach draußen. Und wenn man dann nach der Bombendrohung vom Mai gesucht hat, dann hat man das herausgefunden, dass es sich hier um einen Syrer handelt. Und dabei wollen sie hier in Lübeck die Leute zum Narren machen, die Bevölkerung zum Idioten erklären. Und da muss man sich nur fragen, habt ihr das Wahlergebnis hier? Habt ihr das noch nicht gesehen von gestern von der Europawahl? Eine Klatsche für die Etablierten. Selbst die Jungen rennen den Grünen in Scharen davon. Die Jungen, bei denen ist jetzt die CDU und die AfD angesagt und vor allem die Sonstigen. Aber sie kommen niemals auf die Idee, dass es an der eigenen Politik liegen könnte, warum die Leute kein Interesse mehr an ihnen haben. Nein, sie erklären nur falsch. Und es sind die anderen, die Bösen, die Nazis, wie Herr Klingbeil sagte zu Frau Weidel. Eine völlig abstruse Debatte, die in der Öffentlichkeit geführt wird. Wir hatten es die Tage erst 93 Prozent Zustimmung dafür, Gewalttäter und Straftäter auch nach Syrien und Afghanistan abzuschieben. Jetzt haben wir hier wieder den Fall aus Lübeck. Das wäre so einer gewesen, den hätte man wahrscheinlich abschieben können. Ich bin gespannt, was hier am Ende noch dabei herauskommt. Und schreib mir mal deine Meinung unter dieses Video und bedenke dabei, der Flüchtling, der hier ertrunken ist, er ist tot. Und das Andenken an Toten, das darf man nicht beleidigen und beschämen. Das ist eine Straftat in diesem Land. Also passt auf, wie ihr das kommentiert und seid höflich zueinander. Denn sonst kommt Nancy Faeser vorbei und macht eine Hausdurchsuchung bei euch wegen Hass und Hetze im Netz. Wie letzte Woche 70 Hausdurchsuchungen im Bundesgebiet. Dafür haben sie Zeit, aber um hier in Lübeck einen ostholsteinischen Eutine, wie sie ihn genannt haben, mal in Gewahrsam zu nehmen, in Präventivhaft zu nehmen, beziehungsweise mal anständig zu verknacken. Auf die Idee ist keiner gekommen. Er hat sich jetzt hier vielleicht das Leben genommen oder ist einfach nur aus Unwissenheit in diesen Fluss gesprungen. Das wissen wir nicht, aber es wird bestimmt wieder eine schöne Trauergeschichte erzählt werden und dann machen sie wieder Demonstrationen gegen rechts, wie am Samstag in Berlin und in Hamburg, weil sie das Problem einfach nicht wahrhaben wollen. Es geht gegen ihre Ideologie und damit sind sie überfordert. Die Grünen, beziehungsweise die Linksgrünen, die Linksgrün faschistisch Angehauchten in diesem Land, so viel muss man inzwischen sagen, die kommen nicht darauf, dass die Leute keinen Bock haben auf ihre Politik, dass die Leute etwas konservativer regiert werden wollen und dann sind alles andere außen herum Staatsfeinde, Demokratiefeinde, Hetzer, Hasser und was sie noch für alles für Wörter haben, das sind dann keine Demokraten mehr. Nein, wir sind Undemokraten, ja, selbstverständlich. Aber was will man erwarten im besten Deutschland aller Zeiten? Schreib mir mal einen Kommentar, der die Regeln der Höflichkeit nicht verletzt. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das, dass uns die Medien hier wieder an der Nase herumführen wollten? Es ist ein Syrer, der auf der Flucht vor der Polizei ertrunken ist, weil er eine Schulklasse mit einem Messer bedroht hat, ja? Und wie haben sie hier nochmal geschrieben? Mann stirbt nach Flucht vor Polizei und sprung in den Stadtkram. Mann, ja, ein Mann. Oder hier, wie schreibt die Polizei? Lübeck, Ostholsteinischer Tatverdächtiger nach Flucht ins Wasser verstorben. Das sind Lügen, ja? Das ist schon kein Framing mehr, sondern ihr lasst die Täterherkunft weg. Und das ist wichtig bei der Problemerkennung. Aber ihr braucht schon wieder eine Wahlquittung. Die werdet ihr mit Sicherheit bekommen. Und dann sind es wieder die bösen AfD-Leute gewesen. Ja, ja, mit Sicherheit. Leute, macht endlich mal gute Politik. Politik fürs Volk. Und dann wird das auch was mit den Wahlergebnissen. Schreib mir deine Meinung unter dieses Video. Und abonniere auch meinen Telegram-Kanal. Dann verpasst du keines meiner Videos mehr. Damit bis bald.